wieder weiter mit allen karten mal gucken was uns das bringt mal wieder clubhaus hatten wir schon relativ oft in den ich sag mal letzten 20 partien aber erst einmal hallo seitz und willkommen zurück bei rainbow six siege es bleibt aber auffällig das clubhaus jetzt eben in diesen ich sag mal besagten 20 partien so oft drankam und karten wie haus oder turm oder flugzeug bisher noch gar nicht da gibt es auf jeden fall bei einigen karten eine kleinere wahrscheinlichkeit fürs drankommen das müssen wir dann leider hinnehmen ein rekrut warum denn ich habe meine teamkollegenamen 0 gemerkt die von freizeitpark auch kein gegnernamen zwei gms im gegner team wir müssen eine bombe aufspüren die dann bestimmt oben sein abgekürzt ja jetzt laut in die kamera frau hallo eine bombe gefunden papa bär haben sie ebenso mal ganz schön hell die leise jetzt keiner aus der garage rausgestürmt weil die tür offen ist das wäre doof geht wieder aus vor die legten tempo hin was geht schon die luke aufgemacht hat sie getroffen direkt getroffen einmal dafür ein geschoss einsetzen dann macht doch lieber hier mit einem eschgeschoss ich komme ja schon zeit für etwas krach hauptsache zeit ich gehe da mal mit kann schon schief gehen toll sehe ich nicht so viel weg mich über hin am ende schießt mich ein gegner übern haufen weil er einfach in die richtung schießt und ich schieße eben gerade gar nicht ja anfangs habe ich daneben geschossen danach war ich mal unsicher ich habe glaube ich die con drum herum geschossen scheiß dreck mein gefühl sagt mir ich habe einfach daneben geschossen brava die kamera eingenommen ich habe da meinem gefühl nach einfach drum herum geschossen mein erster gedanke war ritter zweiter gedanke hochzeit falsch leier ein krönchen fused als samurai und man sieht etwas sein gesicht das finde ich persönlich ja doof genauso wie bei taina dass man mit der schminke eher ich sag mal das geheimnisvolle genommen hat mal gucken ob es bei nok auch irgendwann mal kein fliegengetter mehr gibt weil man irgendein outfit draus bringt was vielleicht geld kostet naja ich kann jetzt auf der anderen seite oben sein ich fahre aber mal einen kerner ok wir müssen hoch da trampelt jemand da italiener in ganz schön grün tja hätte sie sich mal irgendwo versteckt und wäre nicht so frei herumgelaufen zehn sekunden bis zum einsatz aber was war es wer war es fünf sekunden warum eure mission lokalisiert und entschärft eine bombe das war jetzt auch nicht so glanzvoll viel ist es gegangen schade ist dass ich hier nicht so gut gucken kann ob da versteckt ist da muss ich zwingend hier ran aber es ist ohne strom nochmal weg ich glaube er kann nichts ausrichten 3 gegen 5 das ist nicht gut das kostet zeit ich gehe beim fünster rein das ist zwar auch eine schwierigkeit schlagen aufschlagen ist immer noch leiser als etwas aufsprengen und ich will die taina nicht auf den plan rufen das problem ist sie hat hier einen sensor platziert dann passt sie nicht nach näher oder sie wartet irgendwo an einer anderen ecke weil sie weiß dass ich aktiv werden muss gefällt mir gar nicht dass die herumlungern kann wenn ich so alleine hier bin hier ist verdammt ruhig ein verbleibender operator vom eigenen top zeit für ein Eis hm das ist ja doof ich muss jetzt irgendwas machen Mist da kommt keiner an da habe ich jetzt nämlich gehofft hätte die nicht einfach eher kommen können sieht nicht gut aus für uns schon nur zwei wir bleiben offenbar zu viert das ist schlecht hey fußes zurück aber etwas anders als in der runde zuvor der Typ ist immer noch auf platz zwei wir müssen eure drohne verwenden um eine bombe aufzuspielen oben können sie nicht mehr sein ich glaube keller wird vom erdgeschoss bevorzugt ein bisschen spät aber besser spät als nie oh 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 ich will hier noch entdecken das war die zion oder ja die blieben sie auch ne ist so lust womöglich haben sie wieder jemanden der grapschen will einsatz in zehn sekunden das klingt aber eher nach ja einem Briten schnellfeuer fünf sekunden die Ella schnellfeuerwaffe bombe gefunden gelangt zu ihrer position und entschärft sie ich gebe es mal um die kamera zu zerstören vielleicht müssen wir da hinten noch lang das sieht nach regen aus das ist nicht gut das ist nicht weg aber da ist noch wer 13 schuss noch ich muss von unten jetzt abdecken wenn ich das füß von hinten probleme bekomme das war das fragezeichen oder streusprengsatz eingesetzt streusprengsatz wird aktiviert macht er jetzt jawoll den schilder ist ja schön eine version da pappe oh man oh drei Lebenspunkte streusprengsatz aktiv nochmal darf ich hier nicht was reinlatschen habe ich ein problem eigener Druckartgegner eliminiert wir sind wieder vollständig mir war gar nicht klar wie angekratzt wir waren ein 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 Bei den Gegnern wird lange geladen. Die Bomben schützen. Wand befestigt! Zwischen den Bomben ist noch zu. Können wir uns aber später drum kümmern, ich habe eh noch mehr als genug zu tun. Jetzt ist zwischen den Bomben offenbar offen. Dankeschön für uns durchlassen. Kali haben sie. Okay, sieht erstmal ruhig für uns aus. Wir haben die Einstiege zu den Räumen im Blick mit den bösen Augen. Wenn ich auch nachgucke. Da oben ist noch zu. Am Fenster ist gerade niemand. Hier ist auch euch. Und zwei Gegner schon weg. Zu zweit in der Logistik. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ah, der gelbe Ping ist nicht ganz so günstig. Der guckt nämlich etwas ins Fenster. Hier muss ich nicht gucken. Die beiden haben das schon im Griff. Scheiße. Nun gut, dann hat Ella das im Griff. Ah, war doof. Ella war nicht weit weg vom bösen Auge. Da muss ich bloß mal kurz so hochziehen. Um, naja, so hochziehen. Um das böse Auge zu erwischen. Kurz hallo gesagt. Ich sag nicht nochmal hallo. Wenn es das Fenster komplett aufmacht, höre ich das. Schade, sie übers Bett gesprungen. Nee, dahin geblieben ist scheiße ich. Nur noch ein Gegner übrig. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. BK eliminiert. BK eliminiert. Schwupp und weg. Ah, steht 2-2. Ah, ich geh mal hinter. In die Ecke Gymnastik. Ich geh auf. Ströhnerei. Von da wird bestimmt jemand kommen. Da geh ich aber unten beim Klo rein. Wobei, dann könnten die an der Treppe vorbeilaufen. Wenn sie da oben beim Gymnastik oder Außenwand rein. Gelang, ah, ich weiß noch nicht. Bin mir noch unsicher. Erstmal geh ich zur Dusche. Da versteck ich mich. Der Schalldämpfer bei Kites Waffe wieder. Die Bomben sichern. Ich verstärke die Wand. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Attila ist aktiv. Magazinwechsel. Es bleiben noch 10 Sekunden. Fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich bleib hier erstmal. Dass man die nicht noch weiter nach links drehen kann. Weil so könnt ihr die einfach zerknallen. Ohne, dass wir was machen können. Ist extrem doof gemacht. Kopfhörer aufdrehen. Reicht. Neue Kameraübertragung läuft. Setze Willkommensmatte ein. Zu ruhig für meinen Geschmack. Hier muss jemand vorbeikommen. Die Farbe sich aber auch einfach ändert. Von bunt, wenn man selbst drin ist. Zu schwarz-weiß, wenn man da nicht ist. Neue Übertragung aktiv. Komm, hier kommt keiner an. Da ist auch niemand. Da brauche ich auch nicht hingehen. Sind alle bei der Außenwand. Beziehungsweise am Fenster. Glässe haben sie. Hier kommt auch keiner vorbei. Hier kommt auch keiner vorbei. Ist das nicht gut. Die machen aber auch allgemein recht wenig. Da unten ist jetzt ein bisschen offen. Wie es unsere Außenwand hier rechts geht. Keine Ahnung. Es wird eine traurige Runde für uns. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. 30 Sekunden. Traut sich nicht. Bug macht sich die Pappe auf. Obst, gleich reif. Jetzt. Das war es für die Gegner. 20 Sekunden noch und es wurde gegrapscht. Wo ist denn der letzte? Da unten. Das wird überhaupt nichts. Raus geht's jetzt. Oh, hier ist niemand mehr. Hier ist ja noch zu. Aua. Teamkollege hat mich beschossen. Die Zeit ist abgelaufen. Nö. Der Blaue hat mich beschossen. Da habe ich meinen Teamkameraden was unterstellt. Ich hätte euch mal vor, ich wäre jetzt gestorben. Die hätte da auch entschärfen können. Ich glaube, die hätte es sowieso nicht geschafft trotzdem. Das war jetzt nicht gut meinerseits. Das mit Bug war gut, ja. Aber. Wenn wir jetzt im Keller sind, dann bleibe ich bei der Taina. Dann kann ich auch im Erdgeschoss bleiben, wenn die Fuse haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Carly sich am Ende nochmal reintraut. Bei Carly kann man offenbar mit allem rechnen. Ich in Bugsstelle hätte mir keinen weiteren Weg geschaffen, auf den ich hätte auch aufpassen müssen als Angreifer. Weil durch den Durchgang hätte dann auch ein Verteidiger kommen können. Dann kann jemand durch die Tür und durch sein Lach kommen. Diese Baustelle hätte ich mir wie gesagt nicht aufgenommen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Aber so spät war das jetzt auch nicht so schlimm. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Wir sind im Keller. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Und wir sind ganz oben. Das ist sicher Nützen aus den Kameras. Der wird schon beschossen. Ich gehe schon mal Richtung Treppe. Ich kann leider nicht drüber gucken. Ist die Luke offen? Das hört man ein bisschen hoch. Die Luke ist bestimmt offen. Wir sind zu zweit. Jetzt ziehe ich mich etwas zurück. Ich lasse die erstmal etwas machen. Und vielleicht verteilen die sich noch. Die sind mindestens zu zweit. Ist immer noch zu zweit. Fused fused. Und da ist noch jemand mit einer Drohne. Das ist ganz schön Röchow. Im Erdgeschoss. Ich guck mal nach was los ist. Ich guck mal nach was los ist. Währenddessen aufgeladen wird. Mal gucken. Ob ich was sehe. Ne. Das Waffe wechseln hat zu lange gedauert. Im falschen Moment. Ich wollte bewusst da noch etwas. Ich habe die Waffe gewechselt, weil ich da jemanden erwartet habe. Ich hätte einfach umbringen sollen. Magazin wechseln. Außer wird wenn sie gleich wieder aufgestellt werden. Sollte nicht viel Energie haben. Hier kommt denke ich keiner an. Nur noch 15 Sekunden. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die ist weg. Ach schade. Mission gescheitert. Eigner Druck neutralisiert. Die auch hätte ich umbringen sollen. Naja hinterher und schlauer und so. Finale letzte Runde. Runde 7. Hm das lag uns vorher nicht so gut als Angreifen. Nicht. In der Fall. Teich her. WELCOME! PUSH! Blitz! Ich habe auch keine Ahnung. Wir hätten was für verbritzelte Außenwände. Wahrscheinlich sind die auch oben. EMP, Mann und Termit. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Montana haben wir jetzt. Ich hoffe, EMP, man bleibt einfach. Jetzt nicht mehr springen, nur noch im Notfall, wenn ich weg muss. Ach komm, spiel. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bombe angeguckt, nichts passiert. Hier passiert auch nichts mehr. Die Tainer haben so ein Fragezeichen. Noch 10 Sekunden. Die 0 wird nichts mehr entdecken. 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Der will da durchstürmen. Das ist schlecht, wenn die oben sind. Garage reingehen ist immer ungünstig. Zumal sie da irgendwie schon mit Rechnen da drüben Pieper hängt. Das nervt mich, dass man das von hier oben nicht sieht. Ob das zu ist oder nicht. Ein riesiges verdammtes Loch. Kommt sofort. Er plumpste runter. Noch Pappe? Nee. Montagne. Wir können entschärfer fallen lassen. Oh, es ist drin am Fenster. Das ist drin am Fenster. Und hier ist zu scheiße. Ich denke nicht, dass da die Pappe aufgemacht wurde. Oh, das Loch da gefällt mir auch gar nicht. Gucken, ob da jemand in Logistik hockt. Lass mal so gucken. Da ist jemand im Nebenraum. Asami, wie es aussieht. Hier ist schon mal keiner. Das ist erst mal gut. Oh, Papa Bär ist der letzte. Der ist schon tot. Ich habe links von mir was gehört, aber nicht vor mir. Ich habe gerade am Handy gespielt. Ich war ein Hauch zu spät. Mist. Jawohl. Brauche ich nicht schreiben. Die stellen das schon wieder auf. Ich sorge für Sichtschutz. Eine Minute noch. Zwei gegen drei. Noch unterwegs. Magazinwechsel. Stellt wieder auf. Macht's doch nicht. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ein Gegner verbleibt. Da ist sie. Mist. Mit meiner Leistung war ich in dieser Partie nicht zufrieden. Das mit Bug war in Ordnung. Der Rest war... Das Team war in Ordnung. Oh, ich darf zweimal verteilen. Jetzt geht's aber ab hier. Das sind viele Geräusche. Eine Tüte wird's nicht geben. Er hat das zweimal verlassen. Werden wir das geschafft. Achso. Der Unterschied liegt im Leerzeichen. Da vorne, dahinter. Kann man Namen doppelt vergeben? Fällt mir jetzt erst auf, dass... Da zwei sind. Naja. Yellow, yellow, ping. Mit einem Punkt dazwischen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.